Wie wir sehen, ist alles noch im kleiner Bereich. Man geht dann nicht auf Topf, im Bereich nur für den Bus ein. Man wird aber neu aufmatzen, man geht nicht in Schaueffekte, nimmt viele Elemente aus, wo man gar nicht weit denkt. Man kann auf den Bau gehen, man kann in den Labobereich gehen und die Flüsse kann mit der Leberfüste noch verbinden, und ich finde es so ein Baueffekt. Bei exakt 65 Grad und 12 Minuten lang, gerade äußern jetzt so, dass man mit der Leberfüste ist. Diese Methode ist besonders schonend, das haben Physiker und Chemiker...